Ja, woll Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Among Us Video. Heute gemeinsam mit Khan, Ryan, King Candy, Easy Cheesy, Chaos Floh und Flauschi. Ich muss sagen, wir legen direkt los. Hallo. 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 Wir sind ready. Klan. Okay, okay. Ich bin Crewmate. Ich bin Crewmate. Ich habe nichts gemacht. Ich bin nett und freundlich. Das ist hier auch irgendein Mod, der auch total... Stopp, stopp, stopp. Leute, bevor wir jetzt hier anfangen, ich möchte das Wort ergreifen. Ich möchte etwas sagen. Bitte tu es nicht. Ich möchte etwas, mir ist etwas aufgefallen. Wir sind alle losgelaufen, aber die Leute haben noch kein Like und kein Abo dagelassen. Ja. Okay, ich wollte Candy. Nein, bitte nicht. Ich wollte Candy. 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 Bitte. Es geht mir wirklich. Daddy. Es tut mir leid, Candy. Das wollte ich nicht. Warum macht ihr die Tür auf? Hat jemand irgendein? Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh nein. Schau mir vor, jetzt wäre die Runde einfach vorbei, weil es gewesen wäre. Das wäre unheimlich witzig. Boah, aber Kahn war so ein bisschen auffällig ruhig auch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach Kahn ist. So, okay. Flauschi ist hier. Flauschi macht die Task. Dann würde ich Flauschi erst mal saven. Ich weiß auch nicht, was das hier für ein Mod ist. Izzy hat hier ein Mod rausgesucht, Leute. Und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Was passiert hier? Was ist hier anders als woanders? Warum ist Chaos-Flow ein Haus? Oha. Nein, Ryan! Was habt ihr mal getan? Daniel lebt ja noch mal. Der arme Ryan! Ich habe sie nur hier in... Wie heißt das? Gegenüber von Reaktor, wo man die Kameras... Security! Da habe ich die gleiche gefunden. Ja, also ich finde, Izzy und Danja sind beide ein bisschen fast. Ich habe Danja da gesehen. Ja? Ja, ich war gerade bei Upper Engine. Da bin ich runtergegangen und du bist hoch mit Flo zusammen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe Flo gesehen. Also Flo könnte das natürlich gewesen sein. Nein. Hä? Wo war denn der Kinn? Du bist, Mann! Wie kommst du jetzt auf andere wieder? Ja, ich war jetzt bei Upper Engine. Ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Hör mal auf zu lügen! Ehrlich, du bist so eine Lügnerin manchmal. Du bist ein Lügner. Also warte, wer kommt jetzt in Frage? Eigentlich nur Danja und Flo, wie jemand anderes war da. Tops, Silverport, Silverport. Du warst doch auch gerade da, Izzy oder wie? Ja, aber ich bin runtergelaufen. Jetzt hoffe ich in der Lage dazu bin, so einen krassen... Also ich glaube, Silverport ist es nicht, weil Tops war lange bei mir bei Electrical. Er hätte mich über dem Van killen können. Also ich vertraue ihm jetzt mal. Aber das wäre jetzt ein Alibi. Ja, ich vertraue ihm mal das jetzt irgendwie auch. Also es kann nur Easy, Flo oder ich gewesen sein, oder was? Ja, Kahn, wo warst du denn jetzt eigentlich? Ja, oder Tops, Silver. Ich habe doch gerade gesagt, ich war in Electrical. Hörst du nicht zu, oder was? Nee, dir nicht. Boah. Aber Electrical kann man wenden doch zu der Security. Ja, sag ich doch! Ja? Ja, dann warst du es vielleicht. Dann warst du es vielleicht. Hä, wie soll ich denn da hinwenden und dann wieder... Sag mal, checkt ihr überhaupt dieses Spiel? Zapp, Ballot. Ballot. Ja, das Volk geht ganz klar. Dann ist ja am meisten Level, merke ich gerade. Danja, ganz klar, das riecht nach Danja. Danja ist... Also ich kann Danja saven. Dankeschön, Flirschi. Ich war ein Flauschi. Nein, ich war es natürlich nicht. Hä? Aber wer kommt denn jetzt noch in Frage? Ja, Flo. Weil Danja ist auch Level 50. Nein, ich war es nicht. Ich bin vorbeigerannt. Ja, du bist auch Level 46. Was wirst du mir damit jetzt sagen? Ja, okay. Und Missy ist Level 50. Und Flauschi ist Level 52. Aber Flauschi hat mich gesaved. Ja, wir können schon skippen, weil wir sind halt immer noch genug Leute. Was soll das? Das ist aber... Geht's noch? Also ich hab gesagt... Ich hab gesagt... Was ist denn da los? Ja, die ist Kahn. Boah, das war richtig schön gerade, muss ich sagen. Das war so richtig toll. Das war jetzt richtig... Das war schön zu sehen. Das hat einfach Spaß gemacht, dass Kahn jetzt hier rausgeflogen ist, muss ich sagen. Das war schade, dass das jetzt nicht war auch noch. Aber es war wirklich einfach schön. Und auch irgendwie 600 Aufgaben, die wir hier machen müssen. Weißt du immer noch nicht, was das überhaupt für ein Mod ist? Wir müssen hier zum Reaktor gehen, bevor der hier losgeht. Okay, wer hat's gemacht? Das hat jetzt echt unnötig, wie lange gedauert. Ich hab Flo gefunden und der lag auf dem Vent in Electrical. Ui. Izzy ist gerade in Security gelaufen. Ich war kurz in den Kameras und dann hab ich Tops oben lang gelaufen sehen und dann bin ich wieder zur Mitte. Aber ich war da länger schon. Bei Electrical, da kann man aber auch wenden, ne? Danja steht an der Task schon die ganze Zeit. Bei Reaktor, ne? Da stand's ja. Ja, genau. Ich hab sehr lange gebraucht, aber ich hab mich einmal verzimt. Danke, danke, danke. Aber die konnte ja letztes Mal auch schon nicht gewesen sein. Ja, ich kann's auch nicht gewesen sein. Die sind nur noch zu viert, Leute, was? Also hast du in der Kamera gesehen, von wo kam Tops und wo ist er hingelaufen? Tops kam von rechts von Cafeteria und ist nach links nach Upper Engine gelaufen. Ja, ich hab dann easy gesehen. Oder warte mal, kamst du von rechts oder kamst du aus Mad Bay? Äh, wie? Also, von oben rechts. Ich weiß. Also, von Mad Bay müsste es gewesen sein. Mad Bay ist oben links, oben unten. Also, jetzt bin ich mir nicht sicher. Also, er ist auf jeden Fall nach links zu Upper Engine gelaufen. Ich weiß nicht, ob er aus Mad Bay kam oder aus Cafeteria. Aus einem, wobei. Also, der ist ja ziemlich sass. Von Mad Bay, der Richtung Mad Bay müsste es kommen. Wenn er aus Mad Bay kommt, ist er sass, aber ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin ja von oben, ich bin von Mad Bay gekommen. Du bist von Mad Bay. Na, wenn du von Mad Bay gekommen bist, dann bist du ein bisschen sass. Ja, aber ich bin ehrlich und sag, ich bin, hä? Ja, ja, du bist ehrlich. Das ist schön, dass du ehrlich bist. Ja, aber was soll ich sagen? Ich bin von oben gekommen, hab da geguckt, wo ich die ganzen Tasks machen muss. Weil ich vergesse jedes Mal, wo die ganzen, äh, hier, die ganzen Räume da sind. Er ist aber auch nur Level 6, ne? Also, es könnte schon sein, dass er gerade wirklich nur die Wahrheit sagt und nicht weiß, was er tun soll. Okay, okay, was soll ich sagen? Soll ich sagen, ja, ich bin jetzt nicht davon gekommen, dass ich... Du sollst die Wahrheit sagen, Tops. Ja, ich bin... Tops, bist du es? Tops, bist du Imposter? Nein, ich bin es nicht. Sag es nochmal mit ein bisschen Überzeugung, damit wir es dir auch glauben können. Nein, ich bin nicht Imposter. Kamst du von oben oder von unten? Ich weiß es nicht mehr. Ich war irgendwo flauschig. Das ist jetzt schon zwei Minuten her. Das weiß ich nicht mehr. Was? Oh, lol. Es ist Tops gewohnt, sorry. Was? Nein. Mikrofon muted. Es könnte halt echt sein, dass es easy ist. Nein, es war Tops. Oh, nein. Mikrofon activated. Ja, super. Lass es mal. Junge, das war so klar, dass Tops Schuss ist. Tops, du warst. Riesa. Ach, es gab einen. Was wusstest du das? Ich, 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 ich. Ich habe... Es stand nur dran, get voted out. Und ich wusste nicht, wie kann ich mich sass machen. Oh, mein Gott. Jetzt hat der einfach... Easy gesehen, wie sie gewendet hat. Ey, ihr wart es uns alle aufgenommen. Ich habe gesehen, wie sie gewendet hat. Weil ich war ihr Angel. Wer war es denn eigentlich? Easy. Ja, ich war. Easy war es. Ich habe gesehen, wie sie gewendet hat, aber ich muss mich rausvoten. Ich wollte es halt so irgendwie... Ach so. Okay, und ihr dürft nicht vergessen, Danja votet immer nach Sympathie. Immer. Oh. Hä, was ist denn jetzt los? Oh nein, da wird wieder jemand rausvonvoten werden. Partnerviews. Ja, was ist los, Ryan? Ich wollte noch mal ansprechen, also wir sind da alle losgerannt, aber es haben die Zuschauer, die haben noch keinen Like dagelassen. Oh mein Gott. Geil! Geil! Also nein. Ich kann das nicht so gut wie du, Candy, tut mir leid. Stopp! Er ist Jester. Nicht ihn voten, er ist Jester. Ist er Jester? Ich will auch gar nicht gewotet werden. Safe ist er Jester. Wenn er das schon wieder macht. Ah, er ist Jester. Smart. Er macht einfach Candy AP. Dann vote ich wieder Candy. Ich vote auch wieder Candy. Oh mein Gott, ey. Ey, warum haben mich denn zwei gevotet? Was soll das? Ey, das war ein guter Versuch, ich wäre drauf reingefallen. Hey, Karamba ist das hier. Das ist hier ja wirklich stressig, muss ich sagen. Wie lange brauchst du für diese Tasktops? Was machst du da? Ist schon ein bisschen sass. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben. I don't want to die. Huch! 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 Was ist mit mir? Bei Elec. Das Licht war aus. Ich habe gerade oben Tasks gemacht. Elec. Und Flo war drin. Und ich habe Tasks gemacht, wollte runter gehen und das Licht wieder anmachen. Und dann war Flo tot. Ja, war Flo tot. Also ich bin in Electrical reingelaufen, da standen Danja und Candy oben an Tasks. Genau. Flo stand einfach nur im Raum rum und dann ist das Licht ausgegangen. Aber war er vielleicht da schon down? Nee, er stand... Also das weiß ich nicht. Sein Haus war dann da. Okay. Das ist halt das Ding mit dem Haus. Candy, das macht sich... Candy klingt irgendwie so sass schon wieder, ne? Also es müssen ja entweder Candy oder Flauschi gewesen sein. Nein. Oder du. Aber mal ganz kurz. Nein, ich war es nicht. Ich muss schon nicht. Woher willst du das wissen, das Licht war doch aus? Oder war es bei dir vielleicht an, weil du Imposter bist? Also ich weiß nur... Ich weiß nicht, wer es war, aber auf jeden Fall hat man die Tür... Ja, warte, stimmt. Wenn man sieht ja nicht viel. Hast du Candy und Danja gesehen, dass sie oben sind? Ja, aber da war es mir doch an. Es ist erst ausgegangen, als ich schon in Electrical drin war. Ich bin zum Licht gegangen und wollte es anmachen. Ich bin jetzt verwirrt. Und dann war der Killwitz. Während ich da an diesen Switches war, boom. Äh, war der Killwitz. Candy, buchstabier mal Crewmate rückwärts. Es müssen halt Candy oder Flauschi sein. Wo soll denn hier Crewmate stehen? Das steht hier nirgends. Das heißt, wir können sie einfach hintereinander rausvoten. Isi, ich hab ne Rolle. Ich hab ne Rolle. Bei mir steht nicht Crewmate. Bei mir steht etwas anderes. Ganz kurz, wer war denn bei euch? Bei Mad Bay oder hier dem... Candy ist ein Imposter. Nein. Eine Imposterrolle hat er. Okay. Wer war denn bei... In der Nähe von Mad Bay oder Security? Der muss gewandet haben, der Imposter. Okay, ich puste mir rückwärts. R-E-T-S-E-J. R-E-T-S-E-J. Wir haben... Also wir haben auch nur... Wart mal. Wir haben auch nur ein Kill bis 7. Wir können auch skippen. Also gehen auf die Runde. Wir können... Also ich kann Flauschi saven. Und mich auch, weil wir beide im Licht drin waren, als der Killwitz. Ich save Candy nicht. Ich skippe erstmal. Okay. Aber dann ja sass. Ja, dann kannst Candy sein. Ich war... Ich war im Licht drin! Also ich hätte jetzt einfach Candy und Flauschi hintereinander rausgevotet. Ja, gute Idee. Und dann... Dann erwischen wir eigentlich safe. Ja, nächste Runde. Ja, aber was, wenn jemand von dir der Jester ist da? Oder waren noch andere in Electrical... Ja, aber der Jester ist doch ganz eindeutig Ryan. Obf, hast du mich gevotet? Nein. Microphone muted. Doch nicht. Okay, jetzt haben wir Khan da mit Easy alleine gelassen. Jetzt weiß ich nicht, wenn er jetzt gleich tot ist, dann wissen wir halt auch, was Phase ist. Upload Task. Ja, ist das alles irgendwie komisch, man! Alle sind irgendwie ein bisschen sass. Alle sind sie sass. Ich hör grad an. Ja, also... Candy hat Flauschi ermordet. Ich hab's gesehen. Okay. Ich hab sie nicht ermordet. Wo liegt sie denn? Ich bin nicht mehr in der Nähe. Also, Tops ist für mich Tops. Wann hättest du denn wissen, ob du in der Nähe bist? Also, ich kann ja mal folgendes sagen. Warte, warte kurz, warte. Ja. Also... Easy ist für mich safe. Die hab ich bei ein paar Tasks gesehen. Die kann sie eigentlich nicht gefaked haben. Danja ist für mich bei diesem... Sie spielt jede Woche mit uns. Sie faked oft Tasks. Bei diesem Kill... Okay. Bei diesem Kill, Danja ist nicht ganz raus, weil kurz vorher kamst du aufs Admin raus und bist nach unten in Storage gegangen. Und der Kill war direkt vor Electrical. Auf dem Gang noch. Das sind die... Und Tops ist für mich raus, weil ich den kurz vorher noch bei Reaktor gesehen hab mit Easy. Also, die beiden sind eigentlich für mich raus. Da muss ja Candy sein. Also, Candy dann ja... Ich war ja zweimal unmittelbar in der Nähe von einem Kill. Zweimal. Ich war vorhin blind. Das Licht war aus. Ich habe vorhin... Wer es vorhin schon... Flo... Nicht... Ich war es nicht. Candy, wo warst du denn jetzt zuletzt? Ich bin in Mad Bay oben. Immer noch? Ja, ich stehe jetzt gerade in Mad Bay. Das ist falsch, weil... Nein, ich stehe in Mad Bay. Ich hab dich auf den Camps doch gesehen. Ja, ich stehe aber in Mad Bay. Soll ich sagen, ich laufe schnell. Aber du bist doch... Aber du bist doch weggelaufen. Ich bin in Mad Bay drinnen. Ich stehe jetzt gerade drinnen. Ich stehe jetzt gerade drinnen. Ich stehe... Ich hatte so viele Chancen, sich zu töten. Aber Leute, wir können immer noch Riot voten, nicht vergessen. Ja, Ryan gewinnt. Das wäre so ein I-500 IQ-Move, wenn ich Imposter bin. Aber... Was? Nein, nein, nein. Candy wartet auch Ryan safe. Oh, no! Ich will es halt wirklich nicht. Ich will es wirklich nicht, Leute. Aber danach müsste Candy rausworten. Ihr werdet das beruhen. Safe ist, Ryan. Mikrofon muted. Das ist da, oder? Ja! Unglaublich. Das war alles Witzige. War Candy... Ja, Candy war natürlich Imposter. Siehste, er hat nicht gewonnen. Oh, Mann. Aber du auch nicht. Jetzt Ryan hat alleine gewonnen. Aber ich gönne ihm ja. Ich gönne ihm ja. Aber mir nicht. Danke, das ist nett. Okay. Sehr gut. Was, Candy warst du es jetzt? Ja. Na, ein Glück. Dann hatte ich ja wenigstens recht. Das war mir jetzt noch wichtig. So, kommen wir mal. Oh! Nein! Hilfe! Nein! Oh Gott! Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was? Okay. 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 Ich kann das alles nicht, Leute. Ich kann das nicht. Puh. Alter, mein Herz. Mein Herz. Ich kann das alles nicht. Puh. Oh Gott. Ich krieg grad richtig Panik, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Das liegt jetzt nicht aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will einfach nicht. Nein! Okay. Wo wurde die Leiche gefunden? Candy? Wo kamst du denn grad her? Candy? Ja, Candy. Ja, was denn? Candy, warum bist du die ganze Runde einfach nur wild rumgelaufen? Hin und her. Überall lang. Ohne irgendwo ne Task zu machen. Nicht antasken. Ich tue einfach so, als wenn sie vergessen mich zu entduken. Damit ich nix sagen muss. Einfach nur hochholergelaufen. Ich hab dich auch gesehen. Ich hab den Like und Abo-Button gesucht. Und jetzt hab ich ihn gefunden und gedrückt. Yeah! Oh Gott, ich bin so aufgedampft. Ich war's nicht. Na ja. Okay. Okay. Ja, da bin ich mit Storage unten. So. Ja, jetzt gerade. Mit der Arme, Ryan. Ich kann Kahn decken. Zum... Zumindest... Wen kannst du decken? Sorry. Das bedeutet mir sehr viel. Ja, ich kann Kahn decken, weil er... Er hätte jetzt auch öfters die Möglichkeit, mich zu killen. Also... Flo kann mich decken? Ja, ne. Wo warst du? Du hast doch gesehen, wie ich die Task gemacht hab. Easy Cheesy lügt? Was? Oh mein Gott. Er hat am Anfang gesehen, wie ich auf den Scanner gegangen bin. Ja. Ja, das war für ne Minute. Das ist Hass. Das ist Hass. Hände er uns? Aber der Scanner... Boah, Easy ist Hass. Tut mir leid. Du weißt also... Juhl, Candy! Das ist Hass leider. Uff, uff, uff. Nein, warum? Dania, wo warst du zuletzt? Du sehr Hass warst die ganze Runde. Easy schiebt aber grad schon. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich kann Daniel am Schutz nehmen. Ich hab sie gesehen. Danke. Kahn, du hast mich auch gesehen. Jeder kann sie saveen. Da hat aber Ryan noch gelebt. Ja, das weiß ich doch nicht, wann Ryan noch gelebt hat. Uff, wo weiß Kahn das? Wo weiß er das? Hat der Ryan gekillt? Hat der Ryan gekillt? Was? Hat es getan. Ich glaube, Dania war bald, weil Ryan auch lila ist. Oh, flausch. Sie war sein Chor, ey. Sehr auf Ecken. Ich dachte mal, ja. Ich war... Hunde Frage, warum bist du schon mute? Warum bist du schon mute? Warum warst du gerade mute? Ja, weil er, weil er schon gevotet hat. Er wollte grad seinen Zuschauern sagen, Leute, wie werde ich am besten als den Post hier durchkommen? Was? Das glaube ich, nehme ich auf. Ihr seid für mich alle sass. Hortsetzung voll. Dania kann ich saveen. Ich kann Dania saveen sogar. Danke. Also, sie kann das nicht gewesen sein. Danke. Skippen oder Kahn? Was sagt ihr? Ja, skippen. Also, ich hab für Kahn den. Ich glaube, warum? Auch skippen. Hey! Wer hat für mich gevotet? Irgendjahr hat Flo gevotet. Das war save Dania. Dania macht sowas immer. Ah, okay. Dann merke ich. Oha. Die ist richtig fake friend, aber so richtig. Boah! Was sagt der da? Dafür würde ich Kahn ja schon ganz gerne killen. Kann jetzt Kahn nicht killen. Geht nicht. Okay, ich kann hier ein bisschen stehen bleiben. Mal hin. Hä? Hä? Wie schlecht. Hä? Isi ist vor mich gevotet. Was? Was? Ja, okay. Flo, hä? Hä? Junge, warum? Ja, Flo, ja. Isi, warum machst du das? Ich weiß gar nicht, wovon er redet, hä? Ja, weil ich nicht wusste, dass ich hier reingerannt bin. Wo genau, Flo? Ja, wir haben Morphling. Das ist schon klar. Also, entweder du lügst grad Flo und willst mich einfach nur raushaben oder du hast den Morphling gesehen. Ich vertraue Flo zu 100%. Ich vertraue Flo zu 100%. Oder er will, dass wir denken, dass er lügt und er ist Jester. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Das klingt so, ne? Dass er Jester... Ja. Ja, dann lass ihn mal voten und gucken, ob er wirklich Jester ist. Aber Flo hat... Das ist nicht Sinn, das Spiel zu verlieren, hä? Aber Flo hat eine Sache vergessen, dass nur Dania hier die Dumme in der Runde ist. Dementsprechend glaube ich das Flo nicht. Kann... Kann irgendeine andere Rolle wenden? Äh... Ich würde sagen nein. Sie würde es dann jetzt schon sagen. Sie würde es dann jetzt schon sagen. Ah, endlich schon, stimmt. Sie würde es jetzt sagen. Jester konnte ich nicht wenden, zum Beispiel. Ja, dann muss sie ein Poster sein. Ja, ich glaube, Dania ist es. Ah, warte, nein, nein. Jester kann wenden, Jester kann wenden. Ja, geht das? Ich glaube, Jester kann wenden. Ja, Flo, du bist heute auch einmal gewendet. True. Jester kann nicht wenden. Ich habe es doch gehofft. Also... Also eigentlich... Vielleicht gibt es verschiedene. Ja, mir ist so heiß, ich vote niemanden und mache brav meine Aufgaben. Und ich habe Candy beim Scan gesehen, also der ist es doch nicht. Ich stand da einfach nur drauf. Ich habe mich nicht mal gescannt. Doch, bei mir wurde dein... Bei mir wurde Scan dann gezeigt bei dir. Also ja, ich habe abgeboren. Ich dachte, ich wollte es so faken, damit du denkst, ich... Ah. Warum Dania zwei Votes? Ich habe die gesaved. Es ist wirklich nett, dass du mich gesaved hast, Candy. Es ist wirklich sehr, sehr freundlich. Oh Gott. Ey, mir geht so die Pumpe, Leute. Ich kann das alles nicht mehr, ey. Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich habe Angst. Ich hätte Tops killen sollen. Ich hätte Tops genau da killen sollen. Ich kann Candy nicht killen. Candy saved mich die ganze Zeit. Den kann ich aber nicht killen. Das geht nicht. Aber ich kann Tops killen. Was? Nein. Nicht Tobias. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Wo lag er? Also er war unten bei Shields und rechts direkt. Auch relativ in der Mitte. Zwei Personen sind mir entgegengekommen. Eine zuletzt und die kam unten von Shields. Also ich bin bei Waffen O2 und Navigation runtergegangen. Und leider kam mir auch Candy entgegen. Hey, das stimmt gar nicht. Ich habe dich die ganze Runde nicht gesehen. Und wer noch? Er muss lügen, er muss lügen. Ja, okay, es ist Candy. Nein. Ja, okay, es ist Candy. Kahn muss lügen. Ich habe ihn nicht gesehen. Warte, stopp. Warte, stopp, stopp, stopp. Wotet ihr nicht, wotet ihr nicht. Es kann auch Danja sein. Ich habe Danja vorher gesehen. Also Danja ist auch von da gekommen. Ich war bei Navigation vorher. Und die Antwort kann natürlich auch sein, dass Candy jetzt Jester ist. Und er will vielleicht rausfliegen. Nein, er lügt. Ja. Er lügt, ich habe ihn nicht gesehen. Ja, okay. Also ich habe vorhin gesehen, wie Kahn eine Task sehr, sehr kurz gemacht hat. Ja, weil ich gucken wollte, ob du auch da... Du bist auch direkt zu Download gekommen. Ja, das war doch komisch. Das ist mir bei Kahn auch aufgefallen. Warte mal, du hast die Downloadtask ganz kurz gemacht. Nein, ich bin da hingelaufen. Ich bin da hingelaufen. Nee, Kahn, du hast die Task viel zu kurz gemacht. Ist okay. Ist auch so, er hat sie gefakt. Ja, ist auch so. Das weiß jeder hier. Deswegen voten wir dich jetzt auch, Kahn. Dankeschön. Warte. Wer von euch war in Kommunikation? Dafür ist sie bekannt. Und was mit Easy jetzt eigentlich? Die hat vorhin gewandet. Jetzt ernsthaft? Ja, ich bin mir wirklich unsicher gerade. Wolle ich jetzt Kahn oder Easy? Ja, ich bin nicht gewandet. Denkt ihr nicht darüber nach, mal Candy zu voten? Du hast gerade selber gesagt, man soll mich nicht voten. Hast du doch gerade gesagt. Bei deinen eigenen Worte. Du willst einfach nur nicht gewandet werden, Kahn, weil du ein Poster bist. Ja, okay. Worte mich. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Wir vertrauen ihr blind. Candy. Ja, Junge, ich würde dir alles anvertrauen. Ich dachte, es ist Kahn. Ich vote einfach immer Kahn bei der kleinsten Vermutung. So, ganz einfach. So, Runde gewonnen hier. Einfach schon, nur damit mich keiner mehr beleidigt. Fertig. Please. 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 Bitte. Bitte war richtig. Oh nein. Oh, Alter. Ich kann das alles nicht mehr. Jetzt hört aber auf, die Lichter auszumachen. Ich kann nicht mehr. Puh. Ja, jetzt sieht Kahn natürlich auch, dass ich es bin. Der wird sich gerade richtig freuen. Der wird sich gerade richtig freuen. Aber die kommen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt latschen die hier die ganze Zeit in Grüppchen durch die Gegend. Das macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Ich habe gesehen, wie Flauschi hier lag. Wo hast du denn gerade Flauschi gefunden? Oh, Elektrikel. Eine Sekunde noch bei mir. Boah, im Eingang von... Ja, deswegen kann ich es nicht gewesen sein. Ja, du könntest sie jetzt getötet haben, aber es ist irgendwie unwahrscheinlich. Nein, habe ich nicht. Das ist Danja? Weil Flo ist es nicht. Ich bin es auch nicht. Das kann Flo bezeugen. Also, geht nur Candy oder Danja? Naja, also man muss sagen, als das Licht aus war, ist es easy als erstes rein und Flo danach. Ja, Flo und ich haben uns die ganze Zeit gesehen, oder? Ich bin safe. Ihr wart... Na, wie könnt ihr euch gesehen haben, wenn ihr sogar diese Switches da hattet? Das Licht war doch hoch aus. Das Licht war aus. Ich habe ihn die ganze Zeit gesehen und wir sind dann zusammen hochgegangen, als das Licht wieder an war. Hä? Ich war das nicht! Also, es kann nur Candy oder Danja gewesen sein. Ich bin es nicht gewesen. Was soll ich euch sagen? Ich war... Ich war es nicht. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Wo war's? Bei Electrical? Bei Electrical? Bei Electrical? Bei Electrical? Also, ich bin gerade bei Cafeteria. Falls das... Ja, dann kann's ja nur Candy gewesen sein. Das kann ja nicht bei Electrical sein. Ja, weil wir oben in Electrical sind gerade. Das war doch Storage. Du bist jetzt von Electrical auf dem Weg zum Storage. Da war die Leiche. Ja. Aber... Und du hast sie einfach reportet, oder? Was hast du gemacht? Ja, na klar. Ich wollte sie eigentlich auch einfach liegen lassen. Natürlich habe ich sie reportet. Ja, dann war's Danja. Dann müssen wir Danja voten. Ja, aber ich bin ja nicht mal nah. Warum hat Danja Floschi gekillt? Also, ich bin da hingelaufen und dann lag die da einfach rum. Ich habe die nicht gekillt und self-reported. Das habe ich nicht gemacht. Ja, das würde ich jetzt halt auch so sagen. Flo kam mir aus der Richtung, aber sogar entgegen. Ja, das stimmt doch gar nicht. Ich habe Flo die ganze Zeit gesehen. Der ist es nicht. Der kam mir da entgegen. Ich habe Flo die ganze Zeit, die ganze Runde auf dem Zugestockt. Ja, das stimmt. Und er hat mich auch gesehen. Nein, es ist Danja 100%. Das ist 100% Danja. Aber ich bin es aber nicht. Ich bin es aber nicht. Ich war... Doch. Okay, darf ich euch mal eine Route sagen? Vielleicht hilft es ja. Ja, aber schnell. Okay, ich habe euch vorhin getroffen. Wie sie es gewendet. Dann bin ich über Navigation. Dann war ich dort eine Weile und habe dort ein bisschen geguckt. Hey Junge, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben zwei Aufgaben. Wir skippen, wir skippen, wir skippen. Wir skippen, wir skippen. Wir skippen, wir skippen. Ja, skippen eigentlich, oder? Okay, ich drücke auf skippen. Ich habe skippen gedrückt. Ja, ist auch schlauer. Ist viel, viel schlauer. Als jetzt jemanden rauswerfen. Ja. Ja, safe, 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 safe. Mikrofon muted. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Schnell weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will nicht mehr auswählen. Ich rubate alles auswählen. Lets go! Ja, was ist denn du zu? Ich gab Danja. Verdammt. Ja, ihr wart fertig mit den Tatschen. Natürlich war ich es. Wie wurde sie jetzt erledigt? Ja, ihr habt die Aufgaben gemacht, oder? Nein, ich hab meine gar nicht fertig. Hä? Das kann nicht sein. Ich hatte meine nicht fertig. Die Geister können auch noch Aufgaben machen. Ja, aber ich müsste doch meine trotzdem fertig machen. Was, du musst Candy die Aufgaben fertig machen. Ich war nicht mal... Nein, ich war... Ich musste Danja beschützen, deswegen hab ich sie immer in Schutz genommen. Warum hast du mich beschützt? Hab Danja denn einen Kill gemacht? Ja, ich musste dich die ganze Zeit beschützen, dass du gewinnst. Das war meine Aufgabe. Echt? Ich hab auch die ganze Zeit gesehen, dass du ein Poster bist. Von Sekunde 1 an hab ich das gesehen. Hä? Aber du bist doch Guardian Angel. Ja, ich war Guardian Angel, genau. Ja, ich war Chester. Ich glaub, deswegen hat sie gewonnen, weil sie ihren Kill gemacht hat. Und die Hälfte nur noch neutral oder sie wäre. Ja, weil sonst könntest du ja wahrscheinlich das ins unendliche Treiben kennen. Aber warte mal, wer hat denn jetzt gewonnen? Das, ich mach's. Wir! Die Crewmates. Ja, die Crewmatters. Ja, bei mir stand verloren. Ach so, Tatschen. Bei mir stand Defeat. Ja, bei mir auch. Ja, Leute, das war die heutige Runde Among Us. Mit der Minecraft-Truppe, würde ich schon fast sagen. Und dann mit den Minecraft-Helden. Und dann bleibt mir vor, dir nichts anderes zu sagen, als abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Schaut bei allen vorbei, die heute in dem Video dabei waren. Und ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.